Herzlich willkommen zu! Wir nehmen das Spiel hier heute mal mit einem das ist der Stadion von Brüder und Brandenwürde Da haben wir dann den neuen Bunner Ja, es geht dringend Sie machte die Lieblingsreine Das ist der Heimbräuler Die war 81% 92% in den Inseln Also nur noch richtig klein Und dann kann man auch zum Stress Ja, das ist das Gefühl Ja, es wird auch nie ein Ziel werden Aber dafür haben wir eigentlich ein Ziel oder auch Ein Blau Also von einem Umgang aus einem Blau Ja, und dort am 30 Jahren ist das Ziel Und da passiert echt was eigentlich Was man wieder rasten kann Aber jetzt kann das mal dringend auf Die dringend jetzt nicht Dann auch viele Tage Und viele Tage Ja, dass wir auch eigentlich das alles zu mir machen sollen Aber jetzt kann das Die dringend auf Jetzt kann das mal Das ist ja noch ein Ziel Aber jetzt Was machst du denn? Aber jetzt kann das mal dringend Dringend auf Schimpfell Schimpfell Oh mein Jetzt muss ich immer wollen Aber dann kommt Franz Dann kommt Flatten ab Dann schlafen Was ist das Die dringend Mit Der 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 und da kommt man auch noch aufs Line dann kommt man aber noch aufs Line und dann steht ihr da die Schläufe einfach so und macht dann das Wau ein aber das macht leider nur nicht alles das macht leider nur nicht alles dann kommt kommen wir noch mal mit offline das war in die einen und dann kommt Gimpf Gimpf man Gimpf was ist mit der Lauf dann kommt noch mal damit sie die Melle aufbreden und dann macht er das ja da haben wir dann noch einmal grillend noch mal die Schafe und dann macht das genau das war's dann auch von uns das ist das nächste Mal